So, und hier drehen wir uns apathisch im Kreis, weil wir hier in der neuesten Folge sind. Wooo, neue Folge! Und, ähm, letzte Folge haben wir, ähm, Alephanilla dazu bekommen. Und ich würde es nicht deiten, das Alephanilla. Scheint, weil das Wasser hier zu mögen. Und es ist auch schon Techtelmechtel bereit. Ja, es hat ordentlich was fressen müssen. Und hier haben wir die wunderschöne, sehr dezente Behausung. Möchte ich, äh, dazu sagen. Sie ist sehr einfach gehalten, schlicht und so. Nicht im Gegensatz wie, ja. Puh. Diese Behausung, ha. Oh, was ist das? Wir sind immer noch in der gleichen Katastrophenaufnahmesession. Ich frage mich, wie viel wir hier jetzt erleben werden. Vergiss es. Scheiß, flieh. Flieh. Scheiß, flieh. Scheiß, flieh. Sag mal da hoch. Von was trinkst du denn jetzt? Von was trinkst du? Was trinkst du? Ich frage mich nicht. Schöp. Ich frage mich nicht. Ich frage mich nicht. Was trinkst du denn? Ich frage mich nicht. Lass mich weg. Hier erst mal. Hier ist voll die Überflutung hier. Von not. LOL Die Scheißen sind groß Liegen die denn bitte schon jetzt hier? Oh, schönes Bild zerstört Achso, das muss ja so sein Okay, mhm Hier haben sie zwei Freunde gefunden Spanana4 und Chico Ja gut, du bist ja ein Unbekanntes Dragonfly Daher interessiert mich das herzlich wenig, wenn du zerquetscht wirst Ähm Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt überhaupt noch machen wollte Glaubst du es denn? Ich hatte immer noch auf Galagugu, genau Auf Galagugu warte ich ja noch ein bisschen Und ich warte darauf, dass, äh Mein Elevanilla gejagt wird Oder gefangen wird Aber ich hab ja nicht die Die, 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 die Äh, Express, das hat mich neun Ist das geil, Alter Ist furzt und schnuppert dran Alter Schwede Ich glaub ich weiß, wie ich es nennen werde Aber ein Kumpel von mir Den Raptor Einfach nur, weil es passt So, Galagugu Alles vorbereitet Du musst jetzt echt mal wieder hier reinkommen, Junge Schon ein bisschen näher Als du das letzte Mal hier drin warst Guck mal, da träumt einer von lauter Zweien Ach, hier ist das Wurm Schau an Tschüss So, da ist Galagugu Jetzt komm auch wieder rein, du Vieh, du Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Komm schon Was war das? Habt ihr es auch gesehen? Das war auch ein Erdbeben Was ich eigentlich finde, der hingelegt hat, oder was? Ach, du Scheiße Geiler Gugu Wo um alles in der Welt willst du hin? Komm ran auf Meda Ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst Mann Du Vieh Hier rein Fressen Und nächstes anzeigen, was du brauchst Ich pack's nicht Ich hab keine Ahnung, was dein scheiß Problem ist Ich weiß es einfach nicht Ich pack es einfach nicht, ey Ich pack's einfach nicht mehr Zwei Vier Sechs Acht Zehn Zwölf Vierzehn Sechze Ich hab sechzehn verdammte Stücks davon Oder das hier zählt irgendwie nicht mehr Ich hab keine Ahnung Verkauf mir die halt Drei haben wir verkauft Die scheinen nicht mehr richtig zu sein Deswegen kommt er wahrscheinlich nicht rein Hallo Schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie Ich bin da nicht zimperlich Eine Eins Zwei Drei Jetzt hat Galagugu wieder ab Ist natürlich klar Das heißt, ich werde jetzt mal wieder ratlos ein bisschen durch die Gegend hier fliegen Ui 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 Schwupp Tup Tupi Dui Was ist mit dir Baum? Ah, ich vermute mal, dass der andere einfach nur kaputt war Deswegen Deswegen nichts mehr funktioniert hat Bis zum nächsten Mal Sooo Sooo We're gonna have a good time And no one's gonna take the time away Was gibt es denn, was ich jetzt machen könnte? Ich habe doch nichts zu tun jetzt. Alle Pinyanas, die ich habe... Warte mal, was... Achso, das ist Wink a la Gugu, ne? Ich weiß gar nicht mehr, weswegen ich jetzt das Sitz da drauf habe. Ich vermute jetzt mal Wink a la Gugu. Ja, Kollege, ich muss noch ein bisschen warten, bis dein Geliebter... Oh, Geliebter, wie er vorhanden ist. Ich will gar nicht wissen, wie bei euch ein Tanz aussieht, ey. Geht nicht klar, sowas. Ach ja, East Lies. Das ist ein Impy. Das ist mir ja alles. So. Ja, das ist super. So ist in Dortmund. Ich werde auch darauf, dass eigentlich mal dein Gegenstück hier gefangen wird. Da wird der Jansklin. Ich frage mich, ob es noch ein größeres Piñata gibt als dich. Moin. Moin, habe ich gesagt. Doch. Und wie ist das Wetter so da draußen? Ich habe mir auch überlegt, jetzt so den zweiten Teil, wenn das hier irgendwann mal fertig sein sollte. Was hoffentlich nicht mehr so... Äh, nicht mehr so lange, wollte ich gerade sagen. Was hoffentlich nicht so schnell der Fall sein wird. Äh, will ich auf das nächste Teil zugehen. Äh, Trouble in Paradise. Das würde ich dann auf jeden Fall weiterführen. Weil es dann sich eigentlich ganz, ganz interessant ist eigentlich. Und mir macht Spaß. Auch wenn ich ja ein bisschen am Meckern, am Fluchen bin. An sich ist es eigentlich richtig geil hier. Tja, und warum ihr euch fragt, wenn wir sowieso viele Paribos haben. Ich dachte, der Adler müsste die fressen. Aber der braucht andere. Vielleicht vermuten, dass man... Weil es steht nämlich drauf, das sind wahrscheinlich die ersten Raubvögel, die dich besuchen werden. Nicht annähernd. Der Igel war... Also der Adler war ja der erste Raubvogel. Und vielleicht muss man die ja irgendwie dazu verwandeln. Wäre ja nicht das erste Mal. Also Vanilla steht auf jeden Fall auf Wasser. Das trinkt sie wieder von lauter Zweien. Guck mal. Haufenweise Zweien. Das trinkt doch eigentlich. Emma, du schneist. Ich hab keine Ahnung. Ich... Ich frag gar nicht mehr nach. Hey, als du direkt, dass ich rausgehen soll. Am besten leg ich mich deswegen jetzt sofort wieder hin. Das ist bestimmt das Wasserweh. Ich das zum Heulen. So, ich hoffe, bis zum Abend werden die drei... Ja, die sind fertig. Super. Dann kann es ruhig langsam dunkel werden, dass da ein Ding uns wiederkommt. Geiler Gugu. Der kommt ja anscheinend nur nachts. Wo ist denn die Füße gar nicht? Da sind die Füße. Schön, schön. Alles friedlich und ruhig hier. Die Parryboats... Oder Parryboats... ...haben sie anscheinend langsam das Gebiet hier erobert, weil sie sich hier ziemlich häufig aufhalten. Das macht ja nichts. So. Äh... 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 Ah ja! Ja, das ist richtig. So, das wäre jetzt hier dunkel. Wir warten jetzt noch einmal diese Nacht ab und dann machen wir Feierabend. Reicht dann. Gucken, ob wir nochmal Galagugu, nochmal mindestens reinkriegen. Das wäre zumindest sehr schön. Und dann würde ich sagen, reicht das eigentlich auch schon wieder? Dann haben wir wieder zwei Stunden rumgedödelt. Ich fass es nicht! Ich fass es nicht, du kleine dreckige Scheißviehfliege! Träne und die füllt sogar dein BH. Es hätte alles anders laufen können, doch du wolltest es so. Du tust auf schnaues Mädchen und ich frag mich immer noch, wieso? Mann, jetzt kommt das Spiel wieder nicht rein! Ich will keine verfickte Drecksviehle hier drin haben! Und deine Worte so falsch und deine Augen so kalt. Ich glaub, es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst. Dass ich gar nichts mehr bedauere, du bist tagelang am Trauern. Jetzt kommt doch geiler Galagugu wieder nicht rein! Heute ist es nur ein Traum, aber du kommst nicht mehr vor mir los! Dieses Leben ist nur ein Traum! Es stresst nur noch! Wie geht's dir so? Mir geht's gut, bei mir ist alles easy! Auch wenn jetzt die Wolken dunkel sind, vergesse ich dich bei dir an! Jetzt wo es dunkel wird, weißt du? Jetzt wo es dunkel wird, kommt nochmal eine scheiß Tafli, um bald nochmal so eine scheiß Tulpe abreißen zu müssen. Oh, er will mich nicht hier drin haben! Deswegen gehe ich am besten hier rein! Damit mache ich voll ihm die Freude! Ja, ungefähr so denkt der. Man, Alter, es ist... Es ist grad grauenvollste Aufnahme ever! Also, Aufnahme-Session ever, ohne Witz! Deine Gefühle so groß, du willst weiter kämpfen los, aber echt... Ich glaube, die Nacht brauchen wir gar nicht mehr abzuwarten, weil... ...geiler Gugu eh nicht reinkommen wird! Fehlt hier eine Tulpe? Warum bloß? Gute Scheiße, Alter! Warum sehe ich das weit und breit in uns? Es ist nur ein Trauma, du kommst nicht mehr vor mir los! Dieses Leben ist ein Test und die Prüfung war zu groß! Da ist es! Das regt mich schon ein bisschen auf, ey! Hä? Was ist los? Ist da los? Warum? Was ist gerade am Pennen? Ich hasse mein Leben! Ich hasse es! Es ist doch nicht so... Alter! Ja, die brauchst du doch gar nicht mehr fressen! Ich hab's vergessen, Leute! Sorry! Er muss ja jetzt Mod-Drops fressen! Das ist doch nicht dein Ernst! Ich hab da extra zwei Mod-Drops dafür hingelassen! Wo sind die denn hinne? Scheiße, Alter! Das heißt, die nächsten Mod-Drops, die kommen, werden nicht verkauft! Es ist ja mal wieder drinne und da... Egal! Wir machen jetzt Folgenpause oder auch generell aufnahmesession-pausen-mäßig! Speichern beenden! Ja! Ich bedau' mich fürs Zusehen! Wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, in die Kommentare, wenn ihr einen Piaz einen Namen geben wollt, in die Kommentare! Und wenn ihr meintet, ihr könntet ein Bisschen Musik für mich entbehren, in die Kommentare! Ich bedau 광lime für Zusehen und ich wünsch' euch noch alles Gute und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online! Tschüüüüüüüüüss!